Ja halli hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu meinem Simpsons Hit and Run Let's Play auf diesem Girls gegen Games Kanal. Okay, die Begrüßung war ein bisschen lange gezogen, meiner Meinung nach. Go outside! Unsere schönen Skorpione. Also ehrlich. Auf, auf und davon. Und wo müssen wir lang? Okay, auf geht's. Unsere Skorpione machte er uns nicht kaputt. Oh. Oh ja, ich hab's Autofahren gelernt, glaub ich. So viel dazu. Ich hab nie irgendwie etwas gesagt. Das war... Oh Gott. Talk to Lenny. Warte, wo sollten wir hin? Wo ist Lenny? Lenny? Ach, da vorne. Ähm, hier weiter. Halt da, 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 da. Da ist er doch. Aussteigen. Da ist er. Okay, haben wir so viel Geld? Laufen wir jetzt einfach? Nee, wir gehen... Ich hab ne Idee. Wir steigen nochmal in unser Auto. Und machen dann das Ding da erstmal kaputt. Huuuuh. Ist dir beleid. Das wollte ich nicht. Okay, wir brauchen ehrlich noch ein paar Coins. Ja, ich bin auch ein lean, mean, speed-thingy. Ja, ich bin auch ein lean, mean, speed-thingy. Mimimi. So. Da ist noch eins. Und wir haben genug. Ja, ich auch. Halt die Klappe. Halt, stopp. Wir müssen da zu dem her. Oh, yeah. Ja, ja. Ja, ja. Barney, kann ich den Plowking? Nein. Okay. Wir... ...sollen den wahrscheinlich kaufen. Also von daher kaufen wir ihn! Was soll's? Okay. Das heißt so BAM BAM! Voll gegenfahren und so BAM! Ja. Continue. Let's do this thing! Let's do it! Get in your way, Highkill! Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. I'm a lean, mean, speed-thingy! Drive to Klingy, Mark. Okay. Schnell. Kann man dieses Salz irgendwie ausschütteln? Ah! Wow! This is a really bad day! Wieso? Ich find den Tag gut. Oh! Pum, pum, pum. Pum, pum. Na, die, na, die, aufi. Waren wir hier? Ja. Okay, wir müssen hier weiter. Oh, wir haben auch noch ne bestimmte Zeit. Fällt mir grad so auf! Also, das ist der Quickie Mark. Ey, bleib hier! Bleib hier! Fail. Ich hoffe mal, dass der nicht ganz so schnell fährt. Damit wir das noch hinkriegen, bevor der bei der Arbeit ist. Okay, der fährt langsam. Alles ist gut. BAM! So, die Hälfte ist geschafft. Weiter. Los, Homer! Wird der schneller? Fuck. Ich glaub, das hat unserem Auto mehr wehgetan als sein. Los, Homie! BAM! Autsch. Ja, das Auto hier sieht schon ziemlich angeknackst aus. Und hier nochmal schön rein. Und gleich haben wir ihn. Den Baum hier können wir noch mitnehmen. Und den auch. Nein, geh aus dem Weg! BAM! Okay, drive to the power plant. Okay. Auf geht's! Schneller, Homie. Schneller. BAM! 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 Und hier müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwann. Okay, was war das eben? Wenn mir irgendjemand sagen kann, was das hier eben auf diesem Behinderten... äh, nicht Behinderten, tun mir leid. Auf diesem Campingplatz war, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Sorry, ich weiß es nicht. Ich hab das noch nie gesehen. So, nuclear plant conditions. Zack. Und weiter. Was müssen wir hier tun? Halt! Stopp! Aussteigen. Und ich denk mal, dass wir den Knopf hier drücken müssen. Oder auch nicht. Was ist denn das hier? Nein, okay. Wir müssen hier rein. Genau, wir müssen hier rein. Zu unserem... Arbeitsplatz. Wie kann ich mit dieser Kamera schlafen? Oh, sexy Mädchen könnten mich auf der Internet sehen! Stutte Kameras! Du solltest dich schlafen! Ich werde dich aus der Power-Source zerstören! Hehehehe! Hehehehe! Ja. Destroy all the Power-Couplings before time runs out. Okay. Okay. Das heißt, wieder ein Side-Level. Weiter! Hä? Das hier hab ich doch schon. Oder ist hier noch was? Das sollten wir glaub ich nicht machen. Achso, die da! Ah, okay. Jetzt geht's... ...hier drum. Nein! Scheiße! Das war gerade ein riesiger Fail. Und das heißt, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Stopped like a fox... Stupid like a fox? Was? Achso. Ich muss. Fuck. So, jetzt aber, komm. Ja, perfekt. Jetzt kommt schon. Jetzt gib mir die Kamera rein. Oh, perfekt. Was? Okay, komm schon. Diesmal nicht. Hey, komm, geh kaputt. Das weiß ich nicht. Tut mir leid, Homie. Homie, mein Homie. Fuck. Okay, eine Minute 30 noch, um da hinten lang zu rennen. Oh, komm. Es sind noch zwei von diesen Dingern, aber ich denke, das sollten wir eigentlich schaffen. So. Und das Letzte ist da hinten. Und das sollten wir eigentlich auf jeden Fall schaffen. Wenn das jetzt auch gehen würde. Hallo? Ja. Geh kaputt. Okay. Was rennt denn da rum? Okay. Lass uns... We're number one. We're number one. Was? So, jetzt nehmen wir uns unser Auto und fahren zu unserem Haus. Und wir haben schon wieder 107 Coins. Und müssen jetzt den ganzen, ganzen, ganzen weiten Weg von unserer Arbeit zu unserem Häuschen und wieder fahren. Fail. Lien, mean. Howdy. Ja. Passiert, ne? Oh, ein Zaun. Verdammt. Da ist ein Ding, ein Reparatur-Ding. Wieso kann man diesen billigen Zaun da... What the fuck? Nicht umfahren. Geht mal weg da. Was? Hit and run? Oh mein Gott. Weg hier? Oh, come on. Ähm. Entschuldigung, Polizei. Ich wollte dich nicht unbedingt töten. Beziehungsweise dieses Polizeiauto. Es ist einfach passiert. Ich konnte nichts dafür. Ta-dam. 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 So, wo müssen wir denn... Halt. Das hab ich genau gesehen. Und zwar machen wir hier dieses Bus-Zeug-Ding ganz kaputt. Oh ja. Tut es. Echt. Schlimm. Halt, hier ist doch schon unser Haus. Enter the house. Los. Los, Homie. Seit wann kannst du so hoch springen? Egal. Homie, Homie, Homie. Du bist ja mein Schätzchen. Also, ich weiß ja nicht, was du immer den ganzen Tag machst. Aber dieses Geblinkel geht mir auf den Geist. Sit on the sofa. Okay. Hab ich kein Problem mit. Hallo? Okay, es tut mir leid, dass ich das jetzt übersprungen hab, aber das war ein schwarzer Bildschirm. So. Ja, und das, genau das, was ihr eben gesehen konntet, werden wir im nächsten Part machen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Tommy. Ah, da war Maggie! Ach, das warола. Ich bin Schatz. Ach, das war de